Hey Leute, hier ist mal bitte eure Chantal. Ihr seht's wahrscheinlich schon, ich seh so ein bisschen zerfledert aus, aber das liegt daran, dass wir heute den krankesten Video drehen ever! Och, Chantal, geh einfach! Nö, ich werd nicht gehen! Chantal, geh jetzt! Nö, ich werde nicht gehen! Oh mein Gott, Chantal, das machst du nicht wirklich! Bitte, bitte Chantal! Ja, hast recht, das ist nur ne Spielzeugpistole, ich geh jetzt schon! Gehst mir auf den Sack! Leute, ich würde mal sagen, es wird mal wieder höchste Zeit, richtig verrückte Emojis nachzustellen, und wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Genau da! Und ich mach übrigens auch mit! Hi! Hi! Du nervst! Sorry, kleine Ausraste am Rande hier. Ich glaube, ich muss nicht weiter zum Ausdruck bringen, was ich gerade für ein Stresslevel habe, denn wir drehen schon seit über 10 Stunden, und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem craziest Emoji-Video ever! Woo! Ich hab mich verslockt! Oh! 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 Kutsch, kutsch, kutsch! Au! Lass mich hier raus! Siehst du, ich sag doch, dass du nach der Nacht im Kühlschrank nicht stirbst. Sperr mich noch einfach! Oh mein Gott, ich bin rausgefallen! Hallo, meine lieben Kinder, ich bin's mal wieder, der Clown. Und tschüss, meine lieben Kinder! Ey, was soll das denn? Oh mein Gott, ich bin! Uah, ii, über mich ins Ohr! Sag mal, was ist denn hier los? Aber, war gar kein Schmalz dran, ne? Hab ich vorhin geputzt? Aber trotzdem! Kann man da? Geil, kann ich endlich mal meine Puppe rausholen? Der nervt mich schon den ganzen Tag! 긴 ab! Ach! Au! Au, au! Au, 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 au! Ekelhaftig, ey. Ich kann hier gar nichts erkennen. Will ich nicht, mach auch nicht. Och, mir geht's gar nicht gut. Ich glaube, ich hab Fieber. Also, äh... Hä? Was ist denn? Mein armes, kleines, süßes Ding. Hoffentlich hast du kein Fieber. Ach, noch mal Glück gehabt. Was riecht hier denn so komisch? Ach, nichts. Was hat die denn? Vielleicht muss die Genote. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann mich nicht abschützen. Du musst mich jetzt hochholen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Bah, bah, nee. Was ist das hier alles für Rauch und Dampf? Sind die Koch oder was? Am besten auch Bäcker. Bah, nee. Bald ist Weihnachten, freust du dich? Halt's den Maul! Bald ist Weihnachten! Lass mich in Ruhe kacken! Mann! Und mach die Tür zu! Hey, Bald ist Weihnachten! Er schweigt sie mich gerade um! Hey, ist es bald Weihnachten? Halt's den Maul! Boah, immer noch alles voller Rauch hier! Was sind das hier für Bäckern? Die können langsam mal Backofen ausmachen hier! Stink schon! Nice! Endlich mal wieder ein paar richtig geile Gucci-Shots gekauft, um bei meinen Mädels richtig schön anzugeben! So Leute, ich glaube das war mal wieder genug kranke Psycho-Scheiße für heute, oder? Stimmt mir jetzt einfach nur zu, okay, damit ich dieses Video beenden kann! Wenn euch dieses verrückte Video gefallen hat und ihr auch lachen musste, dann gebt ihnen auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben! Wir würden uns sehr darüber freuen! Mit mir weine ich! Ne, mit mir meine ich! Mit wir meine ich! Mich und meine braunhaarige Kollegin! Zeig mal deine Hand! Hallo! Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann solltet ihr das langsam mal tun! Ihr findet dort mega die sweeten Bilder von mir! Und ja, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt! Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder! Ja! 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 Ja!